Der italienische Serie A-Club Empoli hat sich von Trainer Aurelio Andrea Zolli getrennt. Die Beurlaubung des Betreuers wurde an dessen 65. Geburtstag bekannt gegeben. Empoli, der Klub von FBU 2-1-Teamspieler Arnel Jakupovic, liegt nach elf Runden als drittletzter in der Abstiegszone. Als Nachfolger für Andrea Zolli ist Giuseppe Iachini, der letzte Saison-USAS Uolo betreute, im Gespräch. Jakupovic, der der vergangenes Frühjahr an Juventus Turin verliehen war, ist diese Saison noch ohne Einsatzminuten für die erste Mannschaft von Empoli. Mehr bei Spox, Österreichs U21 fixiert Platz 2 im EM-Quali, Gregoritsch beruft zweier Team erfahrene Spieler an, Arnel Jakupovic, kannte die Spieler nur aus dem Fernsehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.